Wir hatten ja zuletzt immer Flugzeuge wie den Airbus A380 oder die 747 im Blick. Wie das mit den vergleichsweise kleineren Flugzeugen aussieht, heute mal in Bezug auf die Lufthansa Group. Schauen wir uns jetzt etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Ich hatte das in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder erwähnt und habe auch immer mal wieder die Daten der Eurocontrol als Quelle herangezogen und das ist auch jetzt eigentlich wieder ein ganz guter Einstieg in das Thema. Denn die Anzahl der täglich über Europa und auch täglich auf der ganzen Welt durchgeführten Flüge ist mittlerweile wieder rückläufig. Und das, nachdem man eigentlich seit dem Tiefpunkt Mitte April bis ungefähr Mitte Ende August eine klare Erholung bei diesen Zahlen erkennen konnte beziehungsweise einen mehr oder weniger stetigen Anstieg bei der Anzahl der täglich durchgeführten Flüge zu beobachten war. An dessen Höhepunkt Mitte Ende August die Anzahl der täglich kommerziell durchgeführten Flüge etwa 45% unter dem Wert des Vorjahres lag. Und bei diesen irgendwo zwischen minus 40 und minus 50% hat sich das ganze Thema jetzt erst einmal so ein bisschen eingependelt und an die ganz normale täglich durchgeführte Flügekurve angepasst. Bedeutet ja, es gibt mittlerweile wieder was zu fliegen, aber eben 40 bis 50% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und daraus könnte man ja eigentlich schließen, dass die Fluggesellschaften dementsprechend auch alle so etwa 40 bis 50% weniger Flugzeuge benötigen als sonst. Ganz so einfach ist das Ganze aber natürlich nicht und logischerweise auch von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich. Vor etwa zwei Wochen haben wir uns beispielsweise Cathay Pacific aus Hongkong angeguckt. Die Fluggesellschaft hatte kurz zuvor sehr interessante Zahlen bereitgestellt. Und da konnte man dann eben erkennen, dass die Fluggesellschaft, deren Geschäft ja eigentlich ausschließlich auf der Langstrecke stattfindet, etwas mehr als 90 ihrer knapp 130 Passagierflugzeuge aktuell noch am Boden halten muss. Diese Flugzeuge sind aktuell geparkt und die wenigen Flugzeuge, die dann da ein bisschen was fliegen, die sind auch nur zu etwa 25% ausgelastet. Im Gegensatz dazu, vielleicht ganz interessant, die Fluggesellschaft China Eastern Airlines. Das ist eine sehr große Fluggesellschaft mit fast 570 Flugzeugen in der Flotte, von denen wiederum fast 490 Maschinen Standard-Rumpflugzeuge aus der A320- bzw. 737-Familie sind. Und logischerweise hatte auch diese Fluggesellschaft in den letzten Monaten nicht sonderlich viel zu fliegen. Ist ja klar, auch diese Fluggesellschaft hat richtig ordentliche Verluste eingeflogen und braucht milliardenschwere Finanzhilfe. Aber die Zahlen des jetzt veröffentlichten dritten Quartals sehen schon gar nicht mehr so schlecht aus. Man hat umgerechnet etwa 70 Millionen Euro Verlust gemacht, was natürlich nicht wirklich gut ist, aber für so eine große Fluggesellschaft ist es ein gutes Zeichen dafür, dass man bald wieder profitabel fliegen kann. Und tatsächlich hat die Fluggesellschaft von ihren fast 570 Flugzeugen aktuell auch schon wieder 540 Maschinen im Einsatz. Ihr versteht die Idee dahinter. Das ist von ganz vielen verschiedenen Punkten abhängig, ob eine Fluggesellschaft irgendwo auf der Welt jetzt in Anführungszeichen immer noch ein Großteil ihrer Flotte am Boden lassen muss oder eben nicht. Und damit gehen wir mal zu Lufthansa Group. Die haben mittlerweile über die gesamte Lufthansa Group verteilt knapp 50 Flugzeuge weniger als noch vor der Krise. Das heißt, die Lufthansa Group ist, was die Anzahl der Flugzeuge angeht, schon längst kleiner geworden. Man hat schon längst damit begonnen, eventuell schon geplante Ausflottungen älterer Flugzeuge vorzuziehen und zu beschleunigen und auf der anderen Seite dann eben auch eventuell schon lange geplante Auslieferungen neuer Flugzeuge zu verschieben bzw. zu verlangsamen. Und das ist sicherlich auch erst einmal nur ein Anfang. Wir haben alle jetzt schon verschiedene Zahlen zu dem Thema gehört. Das ist alles kein Geheimnis mehr. Nichtsdestotrotz, wie viele Flugzeuge es dann am Ende wirklich sein werden, das wird man dann sehen. Das kann man sicherlich zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Aber bis jetzt geht man davon aus, dass die gesamte Lufthansa Group nach der Krise, wenn sich dieser Zeitpunkt überhaupt so genau definieren lässt, 100 bis 150 Flugzeuge kleiner sein wird als vor der Krise. Und das lässt sich logischerweise nicht nur durch das Ausflotten großer und der jetzt ja so bösen vierstrahligen Langstreckenflugzeuge erreichen, wie zum Beispiel in den letzten Tagen medienwirksam geschehen mit einigen Boeing 747-400. Lufthansa hat anscheinend fünf Maschinen des Typs in die USA verkauft, wo sie sicherlich auch nicht lange ganz bleiben werden. Sondern es geht da logischerweise auch um ältere Flugzeuge, zum Beispiel aus der A320-Familie. Diese Flugzeuge werden jetzt schneller ausgeflottet und langsamer durch neue Maschinen ersetzt. Dazu muss man aber sagen, das war bei der Lufthansa ja eh alles schon etwas länger im Gange. Also die Lufthansa hatte bis zuletzt teilweise jetzt noch sehr alte A320 in ihrer Flotte mit über 30 Jahren auf der Uhr. Und das ist echt eine ganze Menge für den A320. Und diese Flugzeuge haben jetzt quasi mehr oder weniger alle die Airline-Gruppe in einem Rutsch verlassen. Auf der Langstrecke hat die Lufthansa-Kernmarke zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich genau die Hälfte ihrer fast 90 Flugzeuge aktiv, offiziell zumindest, also 50 Prozent. Was aber nicht bedeutet, dass die Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt auch 50 Prozent ihrer sonst üblichen Kapazität auf der Langstrecke anbietet. Das liegt daran, dass sehr große Flugzeuge mit einer sehr großen Kapazität, wie eben zum Beispiel der Airbus A380, die 747-400 oder auch der A340-600 komplett am Boden stehen, während vergleichsweise kleinere Flugzeuge wie der A330-300, A340-300 oder auch der Airbus A350 eingesetzt werden. Die Auslastung dieser Maschinen ist allerdings vergleichbar mit den Zahlen der Cathay Pacific. Das heißt, auch die Flugzeuge, die Langstreckenflugzeuge der Lufthansa sind aktuell nur zu gut einem Viertel ausgelastet, was leider nicht sonderlich gut ist. Und auch auf der Europaflotte, also bei den Flugzeugen der A320-Familie, sieht es nicht sehr viel besser aus. Auch diese Flugzeuge sind nur zu etwas mehr als einem Drittel im Einsatz, beziehungsweise offiziell aktiv. Nicht einmal die Hälfte der verfügbaren A320 ist im Einsatz, nicht einmal ein Zehntel der verfügbaren A321 ist im Einsatz, dafür aber fast jeder verfügbare Airbus A319, also die kleinste Variante der A320-Familie. Spannend zu beobachten ist dabei, dass jetzt, wo ein Großteil der Flugzeugflotte am Boden steht, trotzdem quasi alle Neos der Lufthansa im Einsatz sind. Das heißt, ein Großteil der jetzt fliegenden Lufthansa A320 sind sparsame und vor allem deutlich leisere A320-Neo. Unterm Strich hält die Lufthansa damit aktuell gut 40% ihrer Flugzeuge offiziell einsatzbereit. Die Auslastung dieser Flugzeuge liegt über die gesamte Flotte verteilt, das zeigen die aktuellsten Zahlen zum dritten Quartal des Jahres 2020 bei etwas mehr als 50% und damit gut 30% unter den üblichen Werten. Die modernen A320-Neos waren dabei jetzt schon mal ein ganz guter Stichpunkt, denn bei der Tochtergesellschaft Swiss sieht das ziemlich ähnlich aus. Dort hat man zum aktuellen Zeitpunkt offiziell zumindest ziemlich genau 50% der fast 90-flugzeuge starken Flotte aktiv und was dabei ganz spannend zu beobachten ist, dass alle 777 zum aktuellen Zeitpunkt fliegen, das ist das größte Flugzeug in der Flotte der Swiss, alle A340-300 zum aktuellen Zeitpunkt im Einsatz sind, allerdings fast alle A330-300 in Jordanien geparkt werden. Für die Kurz- und Mittelstrecke hat Swiss allerdings nahezu ihre komplette A320-Familie am Boden. Auch hier sind viele Flugzeuge für längere Zeit in Jordanien geparkt, lediglich ein brandneuer A321-Neo, ein ziemlich neuer A320-Neo und drei etwas ältere A320 sind dort mehr oder weniger regelmäßig im Einsatz. Allerdings dafür dann wiederum fast die komplette A220-Flotte, also nochmal etwas kleineres Flugzeug, aber auch eben ein sehr modernes und effizientes Flugzeug. Aber auch hier gilt also, ganz ähnlich wie bei der Lufthansa-Passage, etwa 50% der Flugzeuge sind offiziell im Einsatz, die angebotene Kapazität liegt allerdings deutlich unter 50% und die Anzahl beförderter Passagiere aufgrund nicht so guter Auslastung der Flugzeuge nochmal darunter. Austrian Airlines kann hingegen gerade nicht einmal die Hälfte ihrer Flotte einsetzen, auch hier sind die Flugzeuge der A320-Familie nahezu komplett am Boden. Dafür werden auf der Kurz- und Mittelstrecke allerdings fast alle E-Jets der Austrian Airlines eingesetzt, sowie auch die Dash 8. Auf der Langstrecke setzt man aktuell auf die vergleichsweise kleine Boeing 767, die 777 ist für die nächsten Wochen und Monate erst einmal zu quasi 100% aus dem Flugplan raus. Hier hat man also nicht einmal 40 der 81 Flugzeuge im Einsatz. Eine Erwähnung wert ist dabei sicherlich nochmal die Fluggesellschaft Edelweiß, denn die fliegen seit kurzem wieder mehr oder weniger regelmäßig auf der touristischen Langstrecke, haben dafür logischerweise auch wieder ihre Langstreckenflugzeuge ausgepackt. Da geht es dann zum Beispiel nach Cancun, Punta Cana, auf die Malediven oder auch auf die Seychellen. Das allerdings in einem sehr überschaubaren Maße. Trotzdem sind offiziell zum aktuellen Zeitpunkt 10 der 16 Flugzeuge aktiv und das ist mehr als die Hälfte. Bei Eurobrings hierzulande kann man sich das ebenfalls recht einfach machen, auch da ist leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht einmal die Hälfte der Flugzeugflotte offiziell aktiv. Zwei Airbus A330-300, soweit ich weiß, operated bei Brussels, fliegen wie vorher angekündigt ab Frankfurt die touristische Langstrecke nach Barbados und nach Namibia. Ähnliches Bild findet man bei Brussels selbst. Auch dort sind etwa 50% der Flugzeuge offiziell einsatzbereit. Bei Cityline hingegen ist das Bild ein kleines bisschen besser. Aufgrund der dort zu fliegenden Kurzstrecke sind da fast 40 Flugzeuge aus der gut 50-flugzeuge-starken Flotte offiziell im Einsatz. Bei der Lufthansa Cargo hingegen sind logischerweise alle 15 Flugzeuge im Einsatz. Und damit entsteht jetzt ein Bild, in dem überraschend häufig irgendwas mit um die 50% vorkommt. Und ganz wichtig dabei ist, ich habe es eben schon mal angerissen, 50% der Flugzeuge bedeutet auf gar keinen Fall, dass diese Maschinen auch wirklich so kontinuierlich und hocheffizient eng getaktet eingesetzt werden, wie das normalerweise Standard ist. Und 50% der Flugzeuge bedeutet auch nicht, dass die Fluggesellschaft wirklich 50% ihrer sonst üblichen Kapazität anbietet. Bei Bekanntgabe der Quartalszahlen für das abgeschlossene dritte Quartal des Jahres 2020, jetzt gerade vor ein paar Tagen, wurde auch nochmal bestätigt, dass die Lufthansa Gruppe in den nächsten Monaten, beziehungsweise in den letzten Monaten des Jahres 2020 nur etwa 25% ihrer sonst üblichen Kapazität über die Gruppe hinweg anbieten wird. Zum einen, weil mehr Angebot aktuell ganz einfach nicht nachgefragt wird. Zum anderen, weil das Aufrechterhalten jeder weiteren Kapazität, die dann nicht genutzt wird, natürlich verdammt viel Geld kostet. Geld, was man sich gerade auf jeden Fall sparen möchte. Und deswegen muss man hier ganz einfach sehr flexibel sein. Und diese Zahlen sind sicherlich erst einmal nur Richtwerte. Was es dann wirklich wird, das muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber was man bei dieser ganzen Sache nicht vergessen darf, ist logischerweise, dass hinter jedem einzelnen dieser Flugzeuge natürlich Menschen stehen, die in welcher Funktion auch immer normalerweise dafür sorgen, dass diese Flugzeuge in der Luft sind und regelmäßig sicher Leute von A nach B bringen. In dieser ganz einfachen Momentaufnahme ist die Lufthansa Gruppe, genauso wie eigentlich jede andere Airline Gruppe auf der Welt und auch genauso wie eigentlich jede andere größere Fluggesellschaft auf der Welt, zu groß für die Nachfrage ihrer Zielgruppe. Und das ist auch nicht diskutabel, wenn das hier immer in den Kommentaren der ein oder andere versuchen möchte, sondern das ist jetzt halt einfach so. Wenn man Kapazitäten bedient wie 1975, dann braucht man jetzt gerade auch nur die Flottengröße wie 1975 und höchstwahrscheinlich sogar noch weniger Mitarbeiter als 1975. Glücklicherweise gibt es aber sehr wirksame Möglichkeiten, die erstens helfen, die Zeit zu überbrücken, Kurzarbeit zum Beispiel, denn nur weil man jetzt im Jahr 2020 diese Anzahl an Mitarbeiter nicht benötigt, heißt das natürlich nicht, dass man die eventuell dann nicht 2021 doch wieder irgendwo braucht. Und zweitens hat ein riesiger Konzern wie die Lufthansa natürlich auch sehr gute, sehr wirksame Möglichkeiten in Form verschiedenster Teilzeitmodelle beispielsweise, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Was es dann aber alles im Detail wird und wie viele Leute man dann eventuell nächstes Jahr braucht oder auch nicht braucht, das sieht man dann. Und das ist nicht zuletzt eben auch Verhandlungssache. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch für die ein oder andere sehr spannende Nachricht sorgen. In diesem Sinne soll es das volle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Gerade wenn es um die Lufthansa geht, sind viele von euch immer sehr aktiv dabei. Freut mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und tschüss. Lasst es euch gut gehen, lasst es euch schon mal wieder. ru